Hallo und herzlich willkommen, wir machen wieder ein Ründchen lol hier und zwar habe ich im Let's Play Forum, ja sowas gibt es tatsächlich, wer schnauft hier so schön, ähm, habe ich hier ein paar Leute aufgegabelt oder die haben mich aufgegabelt und da ich die Leute noch nicht so toll kenne, fangen wir mal von links nach rechts an, ihr könnt euch ja mal selber kurz vorstellen, also, hau rein. Ja, also ich bin der Imker oder Jumker und heiß Niko, mein Kanal auf YouTube ist eigentlich MD Typ 2, aber ich habe jetzt einen neuen gemacht, der heißt Xomoda und ja, wäre schön, wenn ihr mal vorbeischaut, ich spiele jetzt hier Garen Top. Ja, ich packe das dann alles in die Beschreibung und ab der nächste, ein Schwung aus deinem Leben. Okay, okay, mein Name ist Schramo und ich mag Gabeln. Gabeln. Okay, das war's schon, der hat ein tröstes Leben. Wenn Schramo Gabeln mag, dann bin ich Dr. Y, aber eigentlich bin ich Fred Forlaut und nicht nur Fred Forlaut, sondern auch Fred Forlaut LP und ich mag Messer, so, und zwar aber nur, wenn Schramo in der Nähe ist. Fett. Okay, Dr. Y, hallo. Ja, was, das war ich, bin ich. Achso, Entschuldigung. Achso, ja, jetzt komme ich, ich bin der Cash Roots, dem, wo ihr ja schon seit 40 Folgen jetzt zuschaut und jetzt gleich der Nächste. Ja, ich bin der Max in Darius und wenn, na, dann mag ich Gabeln auch. Was? Oder Löffel oder irgendwas. Löffel, Löffel ist okay, wir könnten ganz komplettes, wir könnten komplettes Besteck bilden. Göffel. Die Frage ist, wo ist mein, wo ist, wo ist das Essen dazu? Äh, warte, nicht so schnell. Wieso ranzst du so weit vor? Warte auf mich. Psst, beißt, beißt, Garen, ich brauch dich gleich im Dschungel. Wegen dem Wölf und dem Blue. So, na, dann bin ich immer unterwegs hier. Das Spiel steht unter einem guten Stern. Ja, es sind drei Leute hier, voll unerwartet. Da weiß, da kommt so ein Twisted Fate so an, hat gedacht, ja, komm, hier, mach ich mal so ein bisschen. Und dann kam da Nautilus ranhucken, dann kam noch ein Blitzcrank ranhucken und schon war ich tot. Da reicht ein Flash halt nochmal nicht aus. suddenly. Brennen, Brennen, Brennen. Also ist schon fraglich, woher der Garen die Ausdauer nimmt, in der fetten Rüstung so viel zu tanzen. Ich weiß gar nicht. Das ist, äh, ja. Hackerim hat noch den besten Dance hier. Sag mal, du machst die Wölfe. Fred, ja. Hey, so hätte ich nicht gesagt, ich brauch Hilfe bei den Wölfen und beim Blue. Na, die Wölfe kriegst du schon ohne mich hin, oder? Uh. Ja, die gerade eben so. Aber im Blue brauch ich dich. Ah. Junge. Wen soll ich mit dir zum Blue, der Rise? Beide. Helf mir einfach kurz ein bisschen drauf rum. So. Sagen wir uns gerecht. Dann können wir direkt, wenn wir den Smite-Less mal direkt zum Red gehen und dann bin ich direkt auf eine Lane. Okay, dann freue ich mich über einen Early-Gang später. Ich frag mich halt immer noch, warum hier drei Leute sind. Ich frag mich, wie diese Hacker sind auch noch. Ja, es fehlt ja ein Jungler, ne? Ja, die haben keinen Jungler. Ja, die haben drei Leute auf der Bot-Plane. Oh, ich krieg Schade. Jorik ist da oben. Und wo ist der zweite von Top? Oh. Ja, der zweite von Top ist Bot. Ja, die haben drei, die haben Triple-Bot, das ist was ganz Neues. Das ist was ganz Neues, ganz Neue Takt. Die haben Triple-Bot, na, da bin ich ja mal gespannt. Hat sich wieder keiner für ein Bot hergegeben. Ich bin ein sehr seltener Mensch. Ich sage gerade, ich kann dann direkt zum Red gehen und jetzt gehe ich nicht zum Red. Gehirn. Gehirn. Sondern, wo gehst du hin? Okay, das war jetzt einfach. Ich bin jetzt bei den Viechern. Niemals. Nein. Niemals. Zack. Jetzt stehe ich im Turm drin. Okay. Und wie läuft es in der Mitte bei Ryze? Ich töte alles. Ryze spielt in der Mitte. Nur mit Cutsix? Naja. Mit Ryze. Ja, wie schreibt der, we are the world. Oh, er hat ein Minion gewirkt. Scheiße. Vielleicht ist er die Welt. Wir sind chaotisch irgendwie. Wadda. Ist doch geil, ey. Immer wenn ich hier so Games mache mit irgendwelchen Leuten, die ich gerade neu kennenlerne, dann kommt immer noch so ein Troll-Game zustande. Was mir gefällt. Irgendwelchen Leuten, ich tue mal nicht so gut. Irgendwelche Leute aber echt. Ja, fast on. Ja, ich habe jetzt hier einen... Achtung, Reiß, schön mal zurück. Max habe ich jetzt hier schon gehört. Ha, alles easy hier. Ich wollte gerade sagen, ihr braucht gar keine Gangs. Na ja, lass... Ja, schon, wir machen hier zwei... Naja, der Jorik pusht hier oben schon wieder. Ich weiß gar nicht, was hier gerade abgeht. Jorik mag ich gar nicht. Ich habe gegen Jorik Seid-Fan gespielt und ich mag ihn nie. Jorik, halt noch kurz die Position, ich bin gleich bei dir, ich bin gleich bei dir. Aber der sieht ja auch hässlich aus, der Jorik, ich weiß gar nicht. Alter, nichts gegen Jorik, Jorik ist cool. Genau, außerdem hat er Hase. Der ist verwandt mit dem Trash. Du musst dir mal den Skin von Jorik, den Pentacle-Skin nennen. Der ist richtig geil. Na, das Ding kenne ich gar nicht. Lass mir doch was übrig, Zack. Och Mann. Hat er gewordert auf der Top? Ja, lass mir was übrig und dann killst du nicht mehr was. So. Habe ich mir gedacht, keine Lust. Psst, Garen. Hat Jorik gewordert auf der Top? Glaube nicht, bis jetzt ist er noch nicht da reingegangen, glaube ich. Ah, nice. Offiziell verwandt von dem Spiel gerade. She's such a misfit, always ready to brawl, daddl daddl daddl, hier kommt der Kill. Aber es ist schon gewonnen, das Spiel hier unten. Habe ich meinen Exhaust wahrscheinlich umsonst reingehauen, aber naja. Ja, es ist nicht so alt. Oh, die Crab, sie sind ja gerade. Oh, hier haben wir unten gegangt, da muss man gleich mal nachdenken, eigentlich. Auto, Splitspairing, das ist einfach zu viel. Was fehlt jetzt noch, was ranziehen kann, was kann man noch ranziehen? Das machen die auch nicht, keine Ahnung. Draft. Ah, ja, stimmt. Das ist voll der Troy hier unten. Doppelkill, komm, gib mir den Doppelkill. Besonders Twisted Fate auch noch. Stunt. Komm, angesprintet. Na, Freddy, leid, sieht's bei dir aus, soll ich mal von hinten kommen? Ja, ja, komm von hinten, das mag ich doch so. Aha. Spüre meine Faust. Töt ihn. Hilfe! 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 Achtung, Wayne. Hilfe! Alter, was flechtet sich hier rum? Alter, was ist denn los, ey, mit den Leuten, ey? Gerade dachte ich, die treuen, jetzt kommt das sowas. Ja, die trollen dich, Alter. Also das kann ich ja gar nicht ab, wenn man hier auf Frauen losgeht, die so hilflos da rumlaufen. Also das geht gar nicht. Müssen wir mal den Autolos töten. Und der Jorik wardet jetzt hier. Achso, du meinst Wayne. Das ist echt Wayne, ja, schon. Ach, das ist echt ein Wortwitz. Naja. Der Jorik hat jetzt hier gewordet. Okay. Ich bin der Schnitter in Person. Hör weg, die Scheiße. Oh, oh. Komm schon. Boom, Baby. Sehr schön. Schön. Reiß hat's mal wieder gerissen. Alter, irgendwie ist das Spiel komisch bisher. Ja, die drei auf der Botlane. Ich glaube, das ist so ein Troll von den Gegnern. Komisch sind die von lustig oder seltsam? Ey, ich hatte mal so ein Saison-Dame. Seltsam, komisch. Da waren alle fünf Tanks. Und da waren am Anfang vier in der Mitte. Und die Typen haben am Schluss noch gewonnen. Also, sagt nichts über Treues. Ja, das ist bitter eigentlich. Das war bitter, ja? Das war halt ein Late Game, weißt? Ich hatte vorhin auch ein Spiel, das war sehr peinlich. Ich hatte dann vier gegen fünf. Also, Gegner hatten nur vier Leute und haben trotzdem gewonnen zum Schluss. Ach, das ist übel. Oh, da ist schon wieder der Nautilus. Hau mir ab, du. Scheiß Hooker, die. Der Nautilus, ja, also, wenn ihr mal Hilfe unten braucht und der Jorik hier nicht ist, kann ich auch mal kommen. Du bist doch schlecht. Und warum sagst du mir das so direkt ins Gesicht? Hättest du das nicht mehr verpacken können? Trammo, Brennbarz. Nein, doch. Boah, hat der mir wegekneitet. Ja, klar, gerne doch. Ich will ja auch was affirmieren. Ich würde sagen, killst du für jeden hier. Okay, dann kannst du das alleine beschreiten da. Ich bin lowlife. Okay. So, ja, so. Ich muss mal weg. Am letzten hinterhin gehen, nach vorne. Könnte sein, wie, dass du hier mal verteidigen musst, weil ich weg muss und der Jorik pusht. Ja, okay. Ja, ich bin zwar lowlife, aber ich krieg das schon hin. Ich seh einfach gruselig aus. Ich geh da hin und schreie ihn an. Genau. Ach, das ist das, das ist das Beste. Ja, bei dir werd ich auch das draußen kriegen. Wuff, wuff. Na? Ah. Blöde. Craps, Leute. Töte ihn, du tötest ihn. Ne, tötest ich nicht. Ist ja auch unfassbar. Aber der Turm tut ihn. Ach, schön. Kann man nur gegen Jorik verlieren. Das war wahr. Ah, Katzix ist hier. Ah. Jetzt sind schon vier hier unten hinaus. Das sind so viele Leute hier unten. Also, hier unten habt ihr richtig Spaß. Irgendwie. Katzix ist hier unten. Ah, geil. Feilt ihr übrigens in der Mitte. You don't say, Fred. You don't say. Ah, wenigstens noch einen bekommen. Danke, Tower. Danke, Tower. Er ist wieder da. Hat genau den richtigen. Jetzt hab ich endlich meine Ulti. Endlich. Du bist jetzt erst Level 6 geworden. Ach so, ihr habt ja drei auf der Botlay. Ja, das ist ein bisschen komisch. Ich weiß gar nicht, was ich mir kaufen soll hier. Bam, du Schweinebacke. Das heißt, yippie, yay, yay. Man muss ja nicht immer das selbe sein. Woher kommt das überhaupt, das Zitat? Von Stürmen. Was? Wie kann man das nicht kennen? Ne, ein guter Tag zum Sterben. Hab ich nicht geschaut. Guter Tag zum Sterben. Stirb langsam. War ganz lustig. Nein, lieber Schnelle. Aber irgendwie war der Film dann auch schon wieder eher Neu850. Aber naja. Leute, schreibt Englisch. Wieso? Kannst du das nicht lesen? Hat geschrieben, Trickspar knappen. Jagdpaktion. Ich kenne mich natürlich klingonisch. Das ist 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 klingonisch. Ich hasse es. Wenn die Leute verschiedene Sprachen sprechen. Was ist das für eine Sprache komisch? Ja, irgendwas Nordisches, würde ich sagen. Irgendwas Nordisches. Wiedisch. Kenne mich da aber nicht so aus. Inuit. Inuit aus Nordisch. Inuitisch. Verdammt. Ich wollte eigentlich mitspielen, aber irgendwie fand ich das dann zu lustig. Ich musste lachen. Ich muss mich wirklich jetzt mehr Tanki bauen. Und der Jorik drückt mir immer noch zu viel Damage rein. Ja, ich komme ja gleich wieder. Der Jorik. Könnte sein, dass er jetzt hier gleich wieder gewordet hat, weil er ins Gebüsch verschwunden ist. Ja, ich habe schon gesehen. Äh. Schromo, magst du mal in der Media auf, Basse? Ne, dort muss man zur Bot gehen. Ja, schon. Dort ist immer noch zwei Leute. Und die wollen nicht einfach weg. Komm von der Seite. Komm von der Seite. Komm. Aber er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Okay. Dann gehe ich nach unten. Du bleibst einfach in der Mitte und ich gehe nach unten. Geh drauf. Für den Helden. Nein, geh es nicht. Ich glaube, die wollen den Tower machen. Kann das sein? Also der Jorik ist gerade nass. Dann bin ich tot. Ja, ich bin bei euch gleich. Ich bin quasi schon da. Wir fangen jetzt einfach an. Wir fangen jetzt an. Ich bin bei euch. Ja, wir fangen jetzt einfach an. Okay, los geht's. Ich bin bei euch. Komm, du kannst mich bringen. Ihr müsst die Leute töten. Also K6 ist auf jeden Fall auf dem Weg. K6 ist auch bei euch jetzt. K6 ist nämlich hier. Oh, ich bin tot. Ich auch. Dem wollte ich mir eigentlich proben. Kommt wisslos, wie die hier vorgehen. Ich weiß nicht, wer es war. Aber K6, der pusht hier schön durch. Scheiß Minions, wieso macht ihr euren Job nicht? Aber ich finde, wir halten gar nicht mal so schlecht dafür, dass drei Leute auf der Lane sind. Ja, ich hätte weggehen sollen. K6 ist noch unten, ne? Ja, ja, K6 ist noch unten. Pusht das Ding. Der war aber fast tot. Push it, baby. Der geht weg. 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 Also Rize. Hey, Onkel Garen, ich komme einfach mal zu dir, um gruselig auszusehen. Okay, Onkel Garen. Ja, schön, ich bin schon Onkel hier. Ach ja, der hat auch nur seine Laterne, diese Schaufel da. Kann sein, dass es auf unserer Lane SS ist. Es gibt es ja nicht, drei Leute SS. Wir sehen einfach mal ein bisschen gruselig aus, damit er wieder nach hinten geht. Vielleicht kommen sie auch noch alle da und ich bin tot. Ah, ich bin tot. Übrigens, ich bin da. Oh, ich bin stehen geblieben, das war blöd. Ich habe ihn aber noch geloadet. Oh mein Gott. Oh je, das wird knapp. Ja, er kommt weg. Die kommen gleich alle wieder her. Ja, aber meine Rühti hatte ich nicht mehr gelastet, deshalb habe ich es gelastet. Ja, das ist schon in Ordnung. Manchmal muss ich ihn auch loslassen können. Soll ich gleich mal mit in die Mitte kommen? Wir können uns erst mal wieder zuschens weiter pushen, bevor Jorik wieder bei dir im Tower steht, oder? Ach stimmt, das wäre auch mal schön. Für den. Sehr schön. Mitte hat sich er eher dedigt. Muss sein. Na die losen Blitzcrank kommen hoch. Na die losen Blitzcrank kommen hoch. Da wären ganz fiese Unterstellungen. Gut, mir komme ich auch mal hoch. Ich habe es gesehen mit meinen eigenen Augen, auf der Minimap. Ich komme auf die Top Lane. Guck mal da. So da hoch. Jetzt bin ich zurückgegangen. Ja, hoch im Sinne von, die kommen auf die... Oh, du stirbst noch, die Lust. Jetzt ist Jorik, wieder da. Bacum. Verdammt. Toll. I'm still alive. Bam. Immer in Bewegung bleiben. Boah, gar nicht Angst haben, dass ich dir die Hilfsziele. Nö. Nö. Du schaffst mir nicht mal die Last wegzubekommen. Ah, jetzt mach dir meine Tour um. Hab ich auch jetzt irgendwie keine Lust drauf. Weil ich noch spiele gerade. Oh, reiten wir davon. Hm. Einzige beruhigende an Jorik ist, dass er Mana hat. Und ich nicht. Ja, aber der hat dauerhaft Mana, der Tricksack. Nö. Hey, Rising Honey. Nee, ich Jorik spiele Voicestash immer so meine Skills, dass ich irgendwann keinen Mana mehr hab. Hast du Bock auf einen Mana? Jeder hat andere Vorlieben hier. Hey, du blauer Männchen. Irgendjemand hat gerade meinen Namen genannt. Ja, ich hab deinen Namen genannt. Ich hab dich gefragt, wie du Quack hast auf den blauen Buff. Ach, Quatsch. Lubav ist was für Weicheier. Okay. Allzu weiß. Das ist der Champion, der das am meisten braucht, das Ding. It's a Blitzcrank. Kid, I'm... Spider Blitzcrank. Spider Blitzcrank. Willst du ihn jetzt wirklich nicht haben? Ja, komm. Ja, komm hier. Gut, lass mich noch ein bisschen schlagen von ihm. Bleibst du dann hier stehen. Ja, ist schon in Ordnung. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Alles klar. Okay, okay, okay. Das wird schon noch. Oh, guck mal da. Das ist sehr schön. Oh. Oh, der hat mich geführt. Oh je, wie, das wird knapp. Wow, 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 wow. Wow, was geht damit? Was ist da los? Die sind übrigens alle in der Mitte so. Wow. Oh je. Falls du sie noch nicht vermisst habt, ich weiß wo sie ist. Oh mein Gott. Ja, hat noch keiner eine vermissten Anzeige auf irgendeinen Steckbrief. Wanted. Dead. Offensichtlich noch nicht. Hm. Malala. Alter Mensch. Der Yorick hat hier dauernd seine hässlichen Geister. Ja, was? Ich seh grad nie abgeht. Ich komm gleich wieder hoch. Ich komm gleich wieder hoch. Na schön. Ja, die Yorick, die ist echt cool. Ich habe einen roten Wuff. Wuff. Einen roten Wuff. 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 Ja, Yorick ist eigentlich. Ich will den Tower hier. Sorry. Ganz schnell. Ich bin tot. Ganz schnell weg. Oh, ich aber auch bald. Ja, bald ist noch nicht jetzt. Hm, die sind gefroren. Die Feiglinge. Dann laufen wir halt hinterher. Ah, wer hat da was hin? Wer hat da was hin? Nein! Oh mein Gott, so knapp. Geil. Oh je, das war tragisch. Das nenne ich mal ins Leere gesprungen. Übrigens Blitzcrank geht in Richtung Toplane. Ja, ich bin eh weg. Wolltest nur erst wehend haben. Falls jemand Blitzcrank sucht, der ist auf dem Weg in Richtung Toplane. Wieso kaufe ich mir eigentlich als AD-Carrier hier Awards die ganze Zeit? Ach stimmt, ich werde ja nicht supported. Ach. Ich vergaß. Denied. Ich hab das Gefühl, der Top Tower geht irgendwie down. Oh, oh, hier ist got six. Ich will den Bot Tower haben, verdammterei. Ah, nee, nee, das wird nix. Ja, der Top Tower könnte wirklich down gehen. Komm schon. Ja, der ist so oder so down. Also, wer Nautilus nicht gekommen, wär nur noch... Ach, mein schönes Kuh. Kann ich mal schauen. Muss man noch treffen. Ah, schön, die Siders. Ich hab noch nichts, um mich vorzukommen. Ich hab noch nichts, um mich vorzukommen. Ja, okay, lass ein. Fuck. Fuck that shit, ey. Das tut uns so weh. Schade, schade. Wollen wir mal uns irgendwie Bot oder so einmischen? Ja, wenn ihr Lust habt, würde ich da immer mitmachen. Ich kram erst mal den Red Buff aus dem Dschungel raus. Soll ich dir da noch schnell helfen? Oh, fuck god. Nein, brauchst nicht. Geh mal runter. Was hat der da geworden? Geh mal runter. Da ist er. Danke. So, dann schauen wir doch mal runter. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt so alleine die Arme laufen soll. Bei wen? Ist ne gute Idee, ist ne sehr gute Idee. Würde ich empfehlen. Ja, genau. Vor allem in die Arme. Ich treff mal Hacker Rim da irgendwo auf dem Weg. Ja, genau. Genau, Max. Also wir treffen uns hier so irgendwo. Ups, die sind eigentlich jetzt in der Mid-Lane. Ja, dann können wir uns doch Twisted Feld laufen. Aber der Twisted ist hier. Ja, komm mal dabei, komm mal dabei. Wir schwimmen uns jetzt hier auf uns vereinigen. Los, das ist prima. Der Theoport zieht sich weg. Ah, nein. Schon wieder. Die ganze Zeit Reit ist hier vorbei. Wie ist der Twisted Feld? Wir haben keinen einzigen Teleport oder sowas. Wir sind kein Teleport, ne. Wir haben keine Minutes. Oh, die kommen doch. Naughty Luft. Oh Gott, oh Gott. Jorik, Jorik, Jorik. Jorik, Jorik. Jaja, ich komm hier schon. Oh je, was macht unser Ryster in der Mitte? Der Damage-Stealer stirbt ja erst. Selde. Nein, der hat mich rausgezogen. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Nee, nee, nee. Das sieht gar nicht gut aus. Lass uns alle mal sterben hier, kollektiv. Yay. Einfach mal durchreiten. Ich brauch mein... Ja, man kann's ja. Und ich sterbe. Ach schön, mal hier noch rein spinnen. Ach toll. Seht's positiv. Immerhin... Hat Vayne überlebt. floating. Sehr gut. Immerhin, ja. Ja, brauch man auch gar nicht sagen, ne. Immerhin hat Vayne... Vayne tot in 5, 4, 3... Oh, oh. Ohohohohoho. Dacht er springt. Schau. Vayne hat überlebt und Reiss ist wieder auf dem Weg. Rise and shine, Dr. Wye. Rise and shine. Na, na, wer weiß es? Welches Spiel? Keine Ahnung. Warcraft? Keine Ahnung, welches Spiel du meinen könntest. Das ist aus Half-Life. Half-Life, welches ist Half-Life? Eins. Zwei. Der tötet mich. Springt der da noch hin? Alles offenbar. Die können nix anders als springen. Was war das? Da, Blitzcrank. Die waren beide sterben. Ich komm grad. Ach, die ganze Freude. Komm, die kriegt wieder. Crap. Ah, nein. Kommt noch ein Nautilus vorbeigehobt. Kommt ein Nautilus vorbeigehobt. Garen mit Full-Life. Da hast du ja nicht mal T-Gefeld. Ah, nein, komm wieder. Cut-Six hätt ich bekommen. Nautilus vielleicht auch noch, aber... ...äh, Blitzcrank vielleicht auch noch, aber... ...Nautilus noch dazu. Jorick, push du... Du hast ja Nautilus grad schon erwähnt. Ja. Ja, ich meinte Blitzcrank. Die waren alle so live und... ...hässliche Monster ist der wieder, ey. Ich bin auch on the way. Aber ich bin anders. Und Reis auch. Boah. Dann geh ich ganz woanders hin. Allerdings ist unser komischer Jorick weg. Das heißt, wir... Ja, leider, leider. Dieser komische Troll. Wir wieder zurück zu seinen Sumpfern. Twisted Fate, den hab ich lange nicht mehr gesehen. Lange länger nicht. Aber die Minions leisten gute Arbeit. Kann das sein, dass der AFKs? Wer? Der gegnerische Twisted... Ähm... Twisted. Der hat vorhin noch ne Karte auf mich geschossen, aber irgendwie... Tat nicht weh. Der ist doch der Bot. Ja, der ist auf der Bot. Ach stimmt, der ist Bot. Ja, der ist auf der Bot. Guys, guys. Let's digger da in den Mitteln. Jetzt werde ich verfolgt. Let's Danger. Achtung. Oh Gott. Achtung, Dennis Wahnsinns. Alter, nee. Alter, nee. Oh je. Das ist ein falsches Spiel, bitteschön. Das war so, als hätt ich grad vor den Faden hinzu gerollt. Oh. What the fuck? War ich denn? Ja, jetzt aber schnell hin hier. Fokus, den Tank. Okay. So ein Scheiß. Genau, er twistet. Ja, splittet euch. Ja, natürlich, immer gerne. Geh weg, Hackerin. Er hat mich sterben lassen. Scheiße, 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 Scheiße. Was passiert? Jetzt geht rauf, geht rauf, geht rauf, geht rauf. Ja, würd ich auch sagen. Lauf. Lauf. Natürlich. Aber lauf so, dass ich die nicht grampen. Du schaffst nie mal Blitzcrank zu töten, Hackerin. Ja, hö. Garret, du hast zehn, neun, geslowt von Cut Six. Na, ich bin doch noch entkommen. Nach Scheibenkleister, kein Klick. Ah, heut gibt's Pferdewurst, mhm. Ja, das heißt Lasagne, Schramo. Ey, kein Glück grad wieder. Wieso schreibt der Fakki? Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich. Ne, ist er nett? Wie kostet das? Weil wir flamen. Ja, einfach flamen. Ja, das ist dann wieder der Random Flamer. Genau. Test, aber wann? Wer von euch war eigentlich der, der Gabeln gemocht hat? Was? Gabeln? Gabeln, ja. Ich mag Gabeln, hallo. Ich weiß nicht, aber wir mochten Gabeln. Ja, ja, ja. Keiner mochte das Messer. Mit diesen Stäbchen kann man ja gar nicht essen. Also als ich mal bei Running Sushi war, das war ganz schlimm. Na doch. Das ist Gewöhnungssache. Die ersten zwei, drei Mal hat man noch extreme Krämpfe in der Hand, aber irgendwann geht das. So wie Tennis. Hä? Ich hab da überhaupt kein Problem mit. Überhaupt kein Problem, ja. Ich bin dann auf die gute alte Gabe zurückgegangen dann irgendwann. Als ich beschlossen hab, doch nicht zu verhungern. Man braucht den inneren Frieden, um das machen zu können. Ich hab keinen inneren Frieden. Oh, ich hab den auch mal hier. Schön, dass der auch mal da ist. Der hat mal eben den Red geniniert. Der hat den Red geniniert. Oh, ein Geier. Und jetzt baitet er uns in den Tod. Bestimmt. Wohin hat der denn gegrabt? Wuhu. Hat zix. Ach nee, Leute. Appound zählt nicht. Und von hinten kommt noch hier ein Blitzy. Achtung. Und da kommt noch was. Wir sollten Achtung. He's on the move. Wo bin ich eigentlich? Ach so. Du hast wohl es gegrabt. Der, von der immer hingeht, Max. Ich zieh die Kamera immer weiter und wundere mich, warum mein Charakter nicht hinterher kommt. Was? Ah. Jetzt. Dieser Naughtilus. Los, Hottehü. Mach deine komische Fertigkeit, wo du schnell bist. Ja, okay, mach ich jetzt einfach. Zuck. Ah. Ach. Doch, ey. Aber das gibt's doch nett. Ja, wenigstens so Dode. Gibt's ja nicht. Aber jetzt, jetzt müssen wir Mitte. Oh je, der Tower. Also wir sind hier wirklich in ein Show-Game wieder geraten. Ja, aber generell auch alles. Komm, jetzt holen wir uns die beiden Double-Kill mit Spin to Win. Alter, nee. Wie oft die schon low-life jetzt hier weggekommen sind, ey. Das darf keinem verziehen. Ja, schon. Blitzcrank besonders gerade eben vor uns. Ja, der hat ja immer seine scheiß Mama schild. Ja, das hatte der gerade schon verbraucht. Ne, gut, da rennen wir voll in die Falle. Ja, ist doch schön. Wartet aber auf mich. Wartet auf mich. Ich will auch mit. Ja, wartet auf mich. Ich will jetzt auch mit sterben. Ja. Weil du bist mit dem Kreis langsamer als vorher. Ja. Ja. Kann ihn nicht slowen. Guck mal, der hat ein fettes Schwert in der Hand und schlägt mit der Hand zu. Das ist halt Garen. Ach komm, nee. Ich wollte ihn noch töten. Jetzt kommt. Lasst mich doch in Ruhe. Ich bin nur ein armer Garen. Ups. Ich bin nochmal weg. Was diese Leute immer gegen mich haben. Ja siehst du doch. Waffen. Schwerter Waffen. Viel Schaden. Viel Schaden. Und so ein Shit, ne. Blutverlust. Meine einzige Schwäche. Was? Blutverlust. Woher ist das nochmal? Das ist aus Magicka. Ja stimmt, Magicka. Hab ich letztens erst gespielt. Super. Na, holt euch doch mal den Kratzig. Wartet doch auf mich. Komm, den holt ihr euch. Oh komm, in der Mitte. Oh, Hekarim hat einen Killcast. Yeah. Ja. Naughtilust kommt in eure Richtung. Ja, Naughtilust kommt in eure Richtung. Woop. Und Blitzcrank? Wiss ich nicht. Blitzcrank kommt jetzt auch. Ja, aber der... Alle zwei, drei zusammen. Rauf, 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 rauf. Renn, renn, renn. Ich komm raus. Und euch geh ich hier nicht rein. Rennt um euer Leben. Ich komm hier raus. Ok, los. Jawohl, um das Gegners Leben. Oh, schon Bock, ey,. Oh, ja. Ich hab hier hin, fast noch abgezogen. Oh, ich hab hier hinten fast noch abgezogen. Aus Versehen. Congratulations! You've won a trophy. Ich zieh niemals aus Versehen ab. aber ich habe ja schon bluboff keine ahnung vom gegner da kommen wir ja genau die das unser freund habe ich den grad richtig gesehen wieso laufen die gegner rein ich dachte ja wenn du laute los und noch jorik kommt kommt hier noch kommen denn hier an die jorik das war da kommt ein pflicht ist auch noch jetzt kommen sei es wollen sie alle sterben warum ist das denn gerade gewesen keine ahnung alle 1 so wie wir vorhin aber schön wir könnten mal kurz gucken ob der drache steht ja dann gehen wir doch zum drachen gesagt fliege ich will den mittauer und tank der hero hier kaufen wir mal das hier das ist ganz witzig ja schön komm ich kann extrem schnell los hoppeln manna 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 der drache tut uns nichts nein schauen wir so geht das lied nicht ich habe mich super game mit einem meinem neuen besten freund nutella aufstrich nutella nutella aufstrich der beste namen ich habe gerade nicht in deiner sauerei ach mei ich habe die leute gefunden schön ah wayne sag doch was komm wir kommen doch wayne mal entgegen wie du in dauernd die überraschungspakete ohne uns aufmachst aber echt unmöglich hoffen war es schon möglich und wir verlieren den teamfelder wieder yeah unter tower ach immer dasselbe tssst pro tipps geht er jetzt nicht mehr hin ach der hat wieder so wenig lebens gibt es nicht hören bt oh für das feuer passt noch so wie Bei der Bottlenlane hat gerade jemand auf dem Minimap geblinkt, die werden ja wahrscheinlich gleich einen Tower machen. Ja, da unten erwartet schon wieder darauf abgeholt zu werden, ne liebe. Wisst ihr, ich hab eigentlich volles Vertrauen in eure Fertigkeiten, deswegen pushe ich einfach mal die Toplane. Ja, okay. Okay, okay. Verwirrungstaktik. Ach, Alter, der hat mit seinem Rumgedumpe wieder. Na komm, lass. Ja, hast recht. Der kriegt doch Lautspiel, wenn er seine Schlossil gemacht. Ja. Ja. Alter, du machst ganz schön Schaden. Klopp. Ich glaub, ihr feedet. Oh, das ist doch schön. Und jetzt in der Mitte kommen hier alle auf mich zu mir. Geh mal unten rum. Äh, hauen wir doch gleich mal die Scheiße rein hier. Warte auf mich. Ups, das war Fail, aber egal. Wir können doch nicht ohne mich loslegen hier. Boah, was hat mich da umgebracht? Max, ich bin hier auch noch. Was war'n das? Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Wenn ich wegkommen will. Oh je, oh je, was passiert da? Also schlagen wir doch nochmal drauf. Nein, nein, nein. Gar nicht gut. Aber wir haben noch Reis, der Reis des Spiels. Kann das sein? Was ist mit Blitz? Blitzi ist ganz schön böse. Blitzi ist böse. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wohin lauf' ich jetzt? Oh je, das war, das war Tracht. Ach Mensch, wo die ja auch mal alle herkommen, so unerwartet. Und jetzt kommt dieser komische Troll Yorick hier wieder angeschissen. Wie Troll? Der zerlegt ihn in der Tower. Yorick ist kein Troll. Hm, dass der Herz sein eigenes Grab schon geschaut hat, ja. Ja. Du, die Frage... Let's go live! Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich kann mal was helfen. Komm, den, den mach mal schnell fertig. Oh mein Gott. Der rennt zu schnell. Zu schnell. Ja, jetzt brennt ich hier alles, oder? Alter, wie oft keiner denn das machen, ey? Alles offenbar. Was denn? Sein schwules Rennen, das. Der hat Boots of Mobility, hat der, der hat coolere Sachen. Der Blitzcrank, der konnte zweimal, als sein scheiß Rennen abgelaufen war, konnte er das gleich nochmal machen. Tricksack. Ach ja, stimmt. Boots könnte ich auch mal weiter ausbauen, ne? Ja, wäre ne Idee, dann bestimmt ein bisschen flinker, ne? Oh komm, ey. Der ist gefeiert, wie scheiße der Typ. Mein Lebensbalken ist da gar nicht hinterher gekommen mit Zwecke. Ach komm, ey. Nee, immer auf uns. Wieso geht der auch immer auf Kart 6? Der springt eh immer weg, oder ist unsichtbar. Ja, ich bin ja auch auf die andere gegangen und bin jetzt tot. Wir lieben die Herausforderung. Gibt der gar nicht mehr, jetzt werde ich eh verfolgt. Wo krieg ich denn jedes Mal Schaden? Jorik? Oh, Jorik macht mir viel schon. Unerwartet. Ach toll. Hey, war das mein Spin? Warum hat der nicht gewirkt? Nein. Ich glaube, wir sollten jetzt etwas taktisch davor gehen. Ich glaube, wir sollten jetzt etwas taktisch davor gehen. Nee, den machen wir nicht. Ja, macht ihr mal den unteren. Ich, ich, wir machen dann mal hier oben. Da kommt nämlich jetzt so eine riesen Kriegwelle an. Ihr macht mal da oben, ne? Ja. Ähm. Jetzt bin ich auch wieder da. Dunkelheit. Das ist schön, ich hab dich schon vermisst. Wirklich. Nein, aber das klingt gut, oder? Ja, aber der Doktor kriegt hier gleich Probleme. Ey, Leuts. Bleibt einfach zusammen und fertig. Weil die sind auch im TS, die sind auch im TS, das merkt man. Die trollen uns, oh komm, jetzt spielen wir mal richtig. Und dann hauen die da so'n Scheiß raus, weil die sich halt verständigen, weißt du? Die verständigen sich in dieser komischen Sprache von vor allen. Ja, holländisch oder so. Ich weiß gar nicht, was die reden. Oder Taka Tuka. Mhm. Wegen zusammenbleiben, sowas wäre jetzt übrigens der beste Zeitpunkt. Ja, ich kenne ja viele Sprachen, aber die Sprache kam mir nicht bekannt vor. Ach ja, den Tower-Deffen, das wäre auch keine schlechte Idee, fällt mir grad so ein. Ja, was los ist mit den Scheiß-Krebs? Ey, ich war doch unsichtbar, was ist für eine Scheiße, ey? Ah, Jorek, das ist auch wieder so einer. Will man gleich gar nicht ulti. Wie, mach 0 Damage, nur? Meine lieben Leute hier. Warum kill ich die ulti nicht? Komm, das schaffst du noch, Max. What the fuck? Nein, das schaffst du nicht. Typical, nein. Nein, nicht wirklich. Aber der Doktor, der Doktor haut jetzt rein. Na, macht mal bitte. Ah, Joris Geister. Weißt du, was will der Doktor jemand machen, der schon sterben will? Der schon seine eigene Schaufel in der Hand hat. Ah, ja, 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 das ist wirklich, also, der will ja sterben. Verdammt, die kriegen mich so schnell tot. Oh, was, was geht der Doktor hier? Der heilt sich voll wie sonst was. Alter, was hält der aus? Also der ist ja fast nur unsterblich. Was, was hat denn der für Etems, bitte schön. Etems? Wir haben übrigens einen K6 in der Basis, der uns irgendwie den Hilfeter kaputt klappt, aber ist nicht so richtig. Ja, der K6, komm, den haust du schnell weg, der kennt dich schon. Ja, natürlich, guck dir mal sein Leben an, den mach ich kurz kaputt. Der ist 2 Level über mir, die ist so da. Ja, ist doch nicht so gesagt. Oh Gott, keine Chance mehr. Komm, auf den geh ich jetzt mal. Ach komm. Hm. Der ist aber nicht sehr nett. Du hast, was, Yorick wurde getötet? Hm. Oh, schön. Er ist tot in 5, 4, oh, Glückwunsch. Ja, das ist scheiße, dem hinterher dran. Oh yeah. Aber kannst du ja. Ich glaub ich, ich bin jetzt mal so frei und kaufst wirklich mal ein paar Wads. Ach, jetzt kauft mir jemand Wads, das ist doch schön. Ja, ich hab mir gedacht, hey. Ja, also, da wär vielleicht ein Ward gar nicht so schlecht. Ja, das hatte ich jetzt nämlich vor, das kam mir so in den Kopf. Ich sah dieses große rote Symbol. Ich hatte den... Hm. 34 Minuten. Lohnt sich das jetzt nicht? Lohnt sich das jetzt nicht? Nee, niemals. Boah, ich bin mir noch 20 Minuten oder so. Ich rieche schwarze Magie. Ich rieche schwarze Magie. Oh, Yorick ist hier. Ach, Mats. Du bist ja mit den Leveln ganz schön zurückgeblieben. Aber ich auch. Bin 5. Ja, ich renne hier die ganze Zeit noch hin und her und... Dann tust du doch gerade du Wardest, obwohl du nicht Wardest. Wieso sollte ich denn Warden nicht mehr? Ach, da sind sie ja wieder alle hier bei mir. Die lieben Freunde. Ja, die laufen alle zusammen. Ja, genau. Nein, nein. Der Yorick mit der Schaufel ist alleine. Warum sollte er Warden? Ja, Blitzkling ist hinter uns. Achtung, ihr kriegt hier gleich von hinten vielleicht Besuch von denen. Also, ne, da ist er ja. Och, okay. Max, wir müssen beide mit dem Sonnenfeuer da schön rein. So, Wing-Fokus. Los, drauf. WTF? Ach komm, was soll man denn gegen die machen? Ja, weil die mich immer rausfokussen, dann habt ihr kein Damage mehr. Guck, ihr macht 0 Damage. WTF? Wow. Schön. Schön. No. Willst dein Pferdchen move ein? Nein! Ah, ich bin hier knapp entkommen, aber dieser Schaufel... Jetzt habe ich ihn. Ich dachte, der will sterben. Ach nee. Was das denn? Der hält unendlich aus, derzeit. Der Yorick. Der Yorick ist extrem gerade. Ah, okay, aber... Aber der Yorick, der will doch eigentlich sterben. Warum macht das uns dann so schwer? Er liebt die Spannung. Ja. Na ja, Spannung ist es nicht, wenn man nicht stirbt. Ach, na ja. Ah, ich bin in 5 Sekunden wieder da. 4, 3... Ja komm, das reißt du noch. Und der reißt auch. Oh Gott. Ich bin in 13 Sekunden wieder da. Los, ihr habt 5 Sekunden, um zu sterben. 7. Oder 10, so. Ja, Vayne haut schon rein. Komm, erfüllt doch Yorick mal seinen Wunsch. Ja, na endlich, jetzt kann er in Frieden ruhen. Boah, ja, Minion schon wieder, komm ey. Du weißt, dass es ein Doppelgänger ist, oder? Ja, ja. Ja, ja. Alles schon, er läuft da einfach. Ja, ja. Ich fühle dich jetzt extrem deffen die ganze Zeit. Ja, ich wollte jetzt hier gar schon ansagen, dass wir verloren haben. Ja, war ein schönes Spiel und so. Dann hab ich mir hier so gedacht, das kann ich nicht sagen. Ja, und dann habt ihr es doch noch gedepft. Falls es nicht schön war. Ja. Es war weder gut, noch schön, noch, äh. Es war unterhaltsam, ja. Muss ich sagen. Ja, es war durchaus unterhaltsam, aber. Wir haben uns ja gerade kennengelernt und. Run. Genau, ja. Weiß nicht, wollt ihr dann auch noch ein Spiel machen? Boah, eins mal einer. Ja komm, eins machen wir noch, aber das gewinnen wir dann. Oh, oh. Natürlich, wir gewinnen jedes Spiel. Ich hab jetzt, ich hab jetzt das zweite Mal Vang gespielt. Das nächste Mal kann nur das sein. Ja, das hier gewinnen wir auch noch. Oh, fuck, ich bin so hoch. Ich bin so down, grad eben. Alter, was soll ich denn für Schaden sein? Ach komm, lass mich doch. Außerdem ist meine Heizung gewarnt. Und das ist ein großes Problem. Ja, das ist mein großes Problem bisher. Ja. Ich hab das größte Problem getötet, grad siehst. Ja, und die ganzen Millions hier jetzt den... ...nextes kaputt machen? Scheiß auf die. Ach, nee. Ach, nee. Das sind nur Kratzer, die sie da machen. Das ist nur Kratzer, da passiert nichts Größeres. Ach, nee, 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 nee. Ah, bei mir steht unverwundbar. Ah, perfekt. Doktor Y. Warum? Was denn? Schickes Spiel. Danke an die Neulinge hier. Du hast ihn zusammengetan. Ich hab euch das angetan. Ey, ich bin hier positiv, okay? Ja. 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 Schöne Spiel. Schauen wir mal die schönen Tage. Du machst mit dem Balken drüber, okay? Falls... Falls euch irgendeiner hier voll gefallen hat, ich schreib die Namen unten im Kommentar mit Channel und so weiter. Pipapo. Sofern sie mir 10 Euro zustecken und dann könnt ihr die anschreiben oder auch nicht. Und bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Fuß. Fuß. Ja.